Und, passt das? Ja, passt gut. Ja, die ist jetzt gut. Wie ist die? Nein. Da ist doch, muss man mal so. Ja, ja. Ja, ich muss weg. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vorsicht! Ja. Du musst einrollen, Jan. Ja, ich soll doch vielleicht nicht einrollen. Ja, zieh. 8 Meter. Zweiter Stock. Nee. Immer noch nicht. Doch, klar. Zweiter Stock. Zweiter Stock. Ja, ich weiß. Also, so dumm bin ich schon wieder auch nicht. Da wirf mal ein paar Leckerlis runter. Und? Wie hoch seid ihr jetzt? Das musst du bei deinen Füßen messen. Neun. Neun Meter da oben. Wie weit? Ich war eben gerade noch höher. 8 Meter. Jetzt seid ihr noch nicht auf der Dach. Doch, ihr seid jetzt da auf der Dachberatung. Die Dachberatung. Untertitelung. BR 2018 Sieht wirklich schön aus, schön grün.